Wie viel Geld musst du investieren, um mit Kryptowährungen reich zu werden bzw. ein Millionär zu werden? Und in diesem Video sprechen wir ebenfalls darüber, wie wahrscheinlich es ist, aus 1000 Euro, die in Kryptowährungen investiert sind, eine Million Euro zu machen. Und bevor wir loslegen, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, sodass mehr Menschen die Inhalte sehen und den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Und schreib mir jetzt in die Kommentare, über welche Kryptowährungen du verfügst. Ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Finanzberater und du solltest immer selbst recherchieren und deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen und nicht auf Leute auf YouTube hören. Recherchiere immer selbst. Ebenfalls möchte ich euch auch noch eine Warnung mitgeben. Es kommen immer mehr Scammer, die meinen Namen und mein Profilbild in den Kommentaren nutzen. Ich würde niemals in den Kommentaren nach deiner Telefonnummer oder deiner E-Mail-Adresse fragen. Vielleicht denkst du, dass es unmöglich bei Kryptowährungen ist, aus 1000 Euro eine Million Euro zu machen. Wahrscheinlich ist es das für die meisten, aber denk daran, es ist nicht unmöglich. Denn es gibt immer wieder Möglichkeiten, du musst nur richtig recherchieren und die entsprechenden Kryptowährungen finden. Natürlich wirst du, wenn du heute dein Geld in Bitcoin investierst, keine Vertausendfachung erhalten. Und trotzdem ist es möglich, mit Kryptowährungen reich zu werden. Und das können wir immer wieder und wieder sehen. Das erste Mal hatte ich beispielsweise von Bitcoin 2013 gehört und da lag der Bitcoin-Kurs Anfang des Jahres bei ungefähr 30 bis 40 Euro. Doch zu dieser Zeit hatte ich aus verschiedenen Gründen nicht in Bitcoin investiert. Ich dachte, dass Bitcoin auf Null fallen wird, dass Bitcoin nur für kriminelle Aktivitäten genutzt wird und so weiter. Um ehrlich zu sein, war das rückblickend ein riesiger Fehler auf andere, wie beispielsweise mein Umfeld oder die Medien zu hören und nicht gleich zu investieren. Denn mittlerweile gab es die Vertausendfachung des Bitcoin-Kurses und dieser liegt jetzt fast bei 50.000. Medien, wie die FAZ, sprachen kürzlich von einem entfesselten Bitcoin. Tatsächlich hat der Kurs Mitte Februar 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Und damit hat die Kryptowährung seit der Gründung 2009 einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Ein weiteres Beispiel für eine Vertausendfachung ist, wenn du im Sommer 2014 in Ethereum investiert hättest. Denn dann wäre Ethereum jetzt über 279.000% gestiegen. Denk daran, dass diese Zahlen, die du jetzt gerade siehst aus dem Jahr 2017 und daher schon etwas älter sind. Und das Ethereum ICO fand im Sommer 2014 statt. Das ICO bzw. Initial Coin Offering ist eine unregulierte Methode des Crowd Investings, die von Firmen verwendet wird, deren Geschäftsmodell auf Kryptowährungen basiert. Mit dieser Methode der erstmaligen Kapitalaufnahme vermeiden Kryptowährungsfirmen den streng regulierten Prozess der Kapitalaufnahme, der von Risikokapitalgebern, Banken oder Börsen vorgeschrieben wird. Und natürlich war das ICO bei Ethereum ein großer Erfolg. Das Team schaffte es, 15,5 Millionen Dollar zu sammeln und 50 Millionen Token zum Preis von 0,311 Dollar zu verkaufen. Ein anderes Beispiel hierfür ist die Kryptowährung IOTA, die um 424.000% seit das anfänglichen ICO gestiegen ist. So wurden zu diesem Zeitpunkt alle 1 Milliarde IOTA Token für weniger als 0,001 Cent verkauft. Und es gab noch viele andere Kryptowährungen, die einen Anstieg von über 100.000% erleben konnten. Und wenn jemand während des ICO gekauft und dann beim Höchststand verkauft hätte, dann hätten viele richtig viel Geld verdienen können. Doch die Frage ist hier, wie viele sind in der Lage zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen? Insbesondere auch, wenn du beispielsweise in IOTA während des ICO zu 0,001 Cent investiert hättest und dann siehst du, wie die Kryptowährung auf 10 Cent gestiegen ist, ein Anstieg um 10.000%. Durch diese Entwicklung wurden vermutlich einige in Versuchung geführt, zu diesem Preis zu verkaufen. Denn ein Anstieg um 10.000% ist in der Finanzwelt sehr selten. Genauso bei Ethereum, wenn du Ethereum für 31 Cent erworben hättest und ein paar Jahre später als Ethereum dann auf 30 Dollar stand, das dann verkauft hättest. Viele haben bestimmt zu diesem Zeitpunkt verkauft. Fakt ist, die wenigsten halten so lange weiter, bis es zu einem Anstieg von über 100.000% kommt. Denn die meisten Menschen wollen irgendwann Gewinne mitnehmen. Ob das nun 100% oder 500% oder sogar 1000% sind. Letztlich ist das auch genau der Sinn, warum du in Kryptowährungen investierst, um Geld zu verdienen. Die meisten wollen damit Geld verdienen, vielleicht finanzielle Freiheit erreichen, Kryptowährungen bzw. das Geld, was sie dadurch verdienen, nutzen, um aus Deutschland rauszukommen und so weiter. Doch um 100.000% Gewinn zu erreichen, brauchst du, wie es im Englischen heißt, very strong hands. Also du musst die Kryptowährung über einen langen Zeitraum halten und das, obwohl Kryptowährungen sehr volatil sind. Letztlich ist die Wahrscheinlichkeit, den nächsten Hidden Jam, das nächste Ethereum oder IOTA und so weiter zu finden, sehr rar. Du musst lange recherchieren und du brauchst auch Geld, das du investieren kannst. Doch diese Möglichkeiten sind da draußen immer noch vorhanden. Es gibt immer noch Kryptowährungen, die nahezu täglich erscheinen, die über ein riesiges Potenzial verfügen und die noch kaum jemand kennt. Und wenn wir jetzt auf CoinMarketCap gehen, dann können wir sehen, dass es dort über 8.800 Kryptowährungen gibt und es gibt noch unzählige andere Kryptowährungen, die dort nicht aufgeführt werden. Eines ist Fakt, es werden wahrscheinlich immer mehr und mehr Kryptowährungen erschaffen. Ein Grund ist beispielsweise, dass viele optimistisch in Bezug auf Kryptowährungen sind. Das heißt, wir könnten in der nächsten Zeit erleben, wie sich die knapp 9.000 Kryptowährungen verdoppeln, die auf CoinMarketCap gelistet sind. Daher werden die Chancen, dass du eine Kryptowährung findest, wo du aus 1.000 Euro eine Million machen kannst, sehr, sehr gering werden. Es ist wahrscheinlich viel wahrscheinlicher, dass du das Geld verlierst, insbesondere wenn du dein Geld in komplett neue Kryptowährungen investierst. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach immer noch möglich, aus 1.000 Euro eine Million Euro im Kryptowährungsbereich zu machen. Doch dafür musst du richtig recherchieren. Und eine Kryptowährung, mit der du innerhalb von 3 Monaten über 4.500% machen konntest, ist PancakeSwap. Und das ist eine dezentrale Börse zum Tausch von BEP20-Token. Um zu verstehen, was BEP20 ist, das ist das primäre Token-Protokoll für die Binance Smart Chain, BSC, die sich im Grunde genommen auf die Erweiterung der ERC20-Funktionen von Ethereum konzentriert. Und Token, die auf Grundlage dieses Protokolls entwickelt wurden, können mithilfe intelligenter Verträge auf der Binance Smart Chain gehandelt und übertragen werden. Das heißt, wenn du im November 2020.000 Euro in PancakeSwap investiert hättest, dann wären daraus innerhalb von ein paar Monaten 45.000 Euro geworden. Natürlich nur, wenn du zum richtigen Zeitpunkt verkauft hättest, doch den richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen der Kryptowährung zu finden ist nicht so einfach und viele können das auch nicht. Ein anderes Beispiel ist Cardano, das gelegentlich auch als Ethereum-Killer bezeichnet wird. Und Cardano hat eine Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden Dollar und dadurch rückt Cardano immer näher und näher an den Konkurrenten Ethereum heran. Bringt aber auch nur knapp ein Fünftel davon auf die Waage. Eines der erklärten Ziele des Projektes von Ethereum-Mitgründer Charles Hoskinson ist, ein besseres Ethereum zu erschaffen. Und wenn du ungefähr zur gleichen Zeit dein Geld in Cardano investiert hättest, wie zum Beispiel in PancakeSwap, dann wären aus einer Investition von 1.000 Euro innerhalb von ein paar Monaten knapp 15.000 Euro geworden. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Marktkapitalisierung anschauen, dann ist die schon sehr, sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal einen Anstieg von knapp 1.500% von der aktuellen Marktkapitalisierung sehen könnten, wie vom November letzten Jahres bis zum Höchststand, dann ist diese vermutlich nicht so hoch. Und wenn du wissen willst, wohin sich Cardano in der Zukunft entwickeln könnte und worauf du achten solltest, dann schau dir dazu dieses Video hier an, wo wir speziell nur über Cardano sprechen und wie sich der Preis von Cardano entwickeln könnte. Letztlich kann es relativ schwierig sein, eine Kryptowährung zu finden, wo du das Tausendfache erreichen kannst. Doch was du tun kannst, ist beispielsweise auch Kryptowährungen zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Das heißt, du steigst ein, hältst die Kryptowährung eine Weile und dann verkaufst du sie, um das Geld dann in eine andere Kryptowährung zu investieren. Und auch wenn viele darauf hoffen, durch Kryptowährungen reich zu werden, grundsätzlich solltest du das Geld, was du in Krypto investierst, übrig haben und nicht darauf angewiesen sein. Womit viele Erfolg beim Investieren haben, ist, den Durchschnittskosteneffekt zu nutzen und dieser soll bei einer regelmäßigen Anlage gleichbleibender Beträge entstehen. Dafür führen die Wertschwankungen der Kryptowährungen dazu, dass der Anleger im Idealfall seine Anteile bei gleichbleibenden Raten günstiger erhält, als wenn er regelmäßig zu unterschiedlichen hohen Preisen eine gleichbleibende Menge von Anteilen kauft. Das heißt, wenn du das nutzt, also regelmäßig dein Geld in Kryptos investierst und zusätzlich Kryptowährungen verkaufst, wenn du damit Gewinne gemacht hast und das Geld dann erneut investierst, Investoren, die das langfristig machen, neigen dazu, sehr erfolgreich damit zu sein. Eine andere Möglichkeit, wie du durch Kryptowährungen Geld verdienen kannst, ist beispielsweise durch Staking. Dabei wird man dafür belohnt, dass man eine bestimmte Kryptowährung vorübergehend zur Verfügung stellt, um etwa das Netzwerk stabil zu halten. Und indem du die Kryptowährungen verleihst, kannst du passives Einkommen generieren, das dir dann in dieser Kryptowährung ausgezahlt wird. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst die Anzahl der Kryptowährungen, über die du verfügst, erhöhen, insbesondere wenn du langfristig in eine Kryptowährung investiert bist. Und da viele sich Gedanken über die Steuern auf die gestakten Kryptowährungen machen, hier mal eine Meinung eines Steuerberaters. Grundsätzlich sind Kryptowährungen durch die Literatur und Schreiben der zuständigen Behörden als private Wirtschaftsgüter einzustufen. Ein Verkauf der Kryptowährungen kann ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 ESTG auslösen. Ob ein privates Veräußerungsgeschäft in diesem Fall vorliegt, bedarf bestimmter Voraussetzungen. Das Gesetz fordert in diesem Zusammenhang, dass das veräußerte Wirtschaftsgut, in diesem Fall die gestakte Kryptowährung, zuvor endgeltlich angeschafft wurde. Da die gestakten Coins jedoch durch eigene Leistungen erzeugt und somit nicht endgeltlich erworben wurden, kann kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 ESTG vorliegen. Kursgewinne, die der Steuerpflichtige durch den Verkauf der erhaltenen Kryptowährungen realisiert, sind somit nicht steuerbar. Und wenn du eine Kryptowährung für eine längere Zeit halten willst, weil du davon ausgehst, dass diese im Preis steigen wird, dann kannst du diese ebenfalls noch staken bzw. verleihen, um so mehr davon zu bekommen. Was ist deine Meinung dazu? Würdest du deine Kryptowährung staken bzw. machst du das schon oder nicht? Und wenn du den Durchschnittskosteneffekt zusammen mit dem Staking benutzt, das kann eine massive Auswirkung auf deine Investitionen haben. Letztlich gibt es verschiedene Möglichkeiten deine Kryptowährungen zu staken, das geht beispielsweise über Binance, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Es gibt auch mobile Wallets, wo du deine Kryptowährungen staken kannst. Letztlich gibt es unzählige Möglichkeiten, wie du bei Kryptowährungen dein Geld vermehren kannst. Nichtsdestotrotz muss es dir bewusst sein, dass es bei Kryptowährungen sich eher um Spekulationen handelt und daher dein Geld auch schnell an Wert verlieren kann. Doch wenn du dir den Euro oder den Dollar im Vergleich anschaust, wo die Währung über die Zeit hinweg immer mehr und mehr an Kaufkraft verliert, doch das ist ein anderes Thema. Und wenn du den Durchschnittskosteneffekt nutzt und immer günstig nachkaufst, dann ist es durchaus möglich langfristig eine Vertausendfachung deiner Investition zu erreichen. Doch dieses Ergebnis würde ich nicht in ein oder zwei Jahren erwarten. Wichtig ist, dass du verschiedene Dinge kombinierst, wie beispielsweise den Durchschnittskosteneffekt, Staking und zusätzliches Nachkaufen. Wenn du das machst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich mit Kryptowährungen zu sein. Doch das basiert immer noch auf der richtigen Recherche. Fakt ist, in der Vergangenheit gab es viele Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum, IOTA, wo du eine Vertausendfachung erreichen konntest. Und es gibt noch genügend weitere Kryptowährungen, wo wir in der Zukunft noch einen starken Anstieg erleben könnten, wie beispielsweise bei Cardano. Letztlich geht es darum, die richtigen Kryptowährungen auszuwählen, damit du diesen starken Anstieg dann sehen kannst und das ist nicht so einfach. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass es noch möglich ist, aus 1000 Euro eine Million mit Kryptowährungen zu machen oder glaubst du, dass es nicht mehr möglich ist? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Dadurch hilfst du, dass mehr Menschen das Video sehen und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Danke dir und schau dir jetzt das nächste Video an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.